Zurzeit macht ja die Erkenntnis die Runde, dass Online-Werbung mit zunehmendem Budget teurer wird. Das heißt, Facebook und Google implizieren in ihren Algorithmen, dass desto mehr Umsatz du machst, desto höher dein Grenznutzen wird, sprich deine akkumulierte Margen, und suggeriert dadurch, dass du eben noch mehr Geld für jeden akquirierten Neukunden, zusätzlichen Neukunden zur Verfügung haben solltest oder könntest. Und das möchten sie natürlich in Form von höheren Klickpreisen oder generell in höheren CPAs, CPCs dann auch ganz gerne daran beteiligt sein. Und das setzt natürlich voraus, dass du ein digitales Geschäftsmodell hast, wo dies auch zutrifft. Und es gibt ja noch nach wie vor eine ganze Menge von Geschäftsmodellen, wo du letztendlich, wie zum Beispiel bei Softwareentwicklung, nach Zeit und Material abrechnest, wie die allermeisten Softwareentwickler oder auch große Systemhäuser, IT-Agenturen und so weiter nach wie vor machen. Und da trifft es eben nicht zu. Das ist eher so, dass deine Unternehmensstruktur komplexer wird und nicht mit jedem zunehmenden Neukunden du letztendlich auch marginal einen höheren Grenznutzen in Form von höherer Margen eben bei dir auch sozusagen ankommen. Und dann kriegst du auch bei höheren Budgets für Online-Marketing-Kampagnen und Online-Werbung zunehmend ein Problem mit sinkenden Grenznutzen. Und dann ist es wiederum umso wichtiger, dass du mit Leuten mit mir in Kontakt trittst und Direktmarketing und Direktvertriebsmaßnahmen verstärkt in Angriff nimmst, die sowieso mitunter noch am allerbesten funktionieren, aber eben wissen wie, wann und am besten jeden Experten suchen wie mir. Mein Name ist Thomas Klein von Klein Marketing Consulting. Ich bin spezialisiert auf die IT-Branche Softwareentwicklung, IT-Experten und helfe diesen, Neukundengeschäft zu generieren und deren Business zu skalieren. Wenn dich interessierst für ein kostenloses Gespräch, 30 Minuten, noch kostenlos, ich weiß noch nicht mehr, wie lange noch, weil ich echt busy bin, dann hier unten findest du einen Button, schau mal kurz rein und melde dich dort an, musst ein paar Fragen beantworten und dann sehen wir uns auf der anderen Seite. Ich freue mich auf dich, dein Thomas Klein. Ciao, ciao! Hallo, ich bin Christoph. Ich habe im April diesen Jahres eine Full-Service-Werbeagentur gegründet. Zusammen mit acht Mitarbeitern sind wir die TAP-Team-GWR. Wir sind spezialisiert auf die Gestaltung individueller Webseiten und Online-Marketing. Thomas Klein unterscheidet sich in der Hinsicht zu anderen Coaches und Mentoren, weil er praxisorientiert arbeitet und sehr zielstrebig ist. In der kurzen Zeit konnte mir Thomas Klein bereits dabei helfen, meinen Unternehmenswert zu steigern. Deswegen kann ich Thomas Klein jedem empfehlen.